Ich denke, nach dem Tief von den letzten Jahren haben wir jetzt wirklich ein paar Leute im Team mit Philipp, Heinz, Marco Koch, Franzi, mit ihm, die bei einer soliden Leistung oder auch einer guten Leistung Medaille mit nach Hause bringen können. Dass wir nicht an das von Rom direkt wieder anknüpfen können, das sollte jedem klar sein. Das ist auch, denke ich, nicht das Ziel oder das kann nicht das Ziel sein, das wäre zu hoch gestochen. Aber wenn wir an die Leistungen vom letzten Jahr von der EM anknüpfen können und damit meine ich nicht die Medaillenzahl, dann wären wir schon auf einem sehr guten Weg. 2009 war natürlich ein extrem starkes Jahr, keine Frage. Aber wie gesagt, wenn man sich jetzt 2017 oder auch 2016 anguckt, 2016 hatten wir keine Medaille, 2017 nur die eine von Franzi. Da sind wir jetzt, glaube ich, wieder auf einem ganz guten Wege und haben ein recht solides Team wieder am Start.